wir wollen uns heute noch mal mit unserer trockenen trenntoilette beschäftigen nicht weil uns das so einen wahnsinnigen spaß macht und es kein besseres thema gibt aber weil wir haben ja nun gerade den bericht gemacht und haben gute erfahrungen am wochenende gesammelt und jetzt hat wiebke die seitenwände abgenommen weil sie noch mal vernünftig lackieren will und wir wollten erst mal nur einen test machen ob wir noch irgendwas vergessen haben also das heißt wir haben heute eine gute gelegenheit da noch mal einen einblick zu nehmen warum sind wir eigentlich jetzt zu dem thema trecken trecken treckentronnen toilette gekommen komposttoilette die engländer sagen komposting toilet das klingt gleich viel vornehmer ja also wir hatten diese kassettentoilette und mit vier personen vier mal anderthalb liter das sind sechs liter bis zu acht liter da war das ding immer total schnell voll und wir haben es nie für feste stoffwechsel endprodukte genutzt aber wenn man dann doch mal in frankreich irgendwo am strand steht oder in schottland und das ist so schöner platz man möchte da nicht weg dann ist das schon schön und das hat uns nicht behakt mit so einer toiletten mit so einer kassettentoilette und deswegen ja sind wir so drauf gekommen ja dann haben wir uns die fertigen dinge angeguckt entweder um es kurz zu fassen zu breit oder da ist dann so ein kleines süßes fläschchen von sieben liter drunter und das ist jetzt überhaupt nicht das was wir uns vorgestellt haben dann hätten wir auch bei der kassettentoilette bleiben können also musste was her was für unsere bedürfnisse das richtige ist also ran ans werk selbst gemacht haben wir so einen schönen einsatz gefunden der auch optisch schön aussieht andere toiletten haben uns überhaupt nicht gefallen ist so er sieht irgendwie aus wie aus einem öffentlichen klo irgendwie das war echt nicht unseres also es sollte wir haben eine relativ schicke wohnung hier und so sollte es also im komfortbereich dann auch sein ja so und deswegen haben uns dazu entschlossen keine buddel zu nehmen sondern einen großen kanister firma höhnersdorf hat so einen schicken großen 20 liter kanister in rot ist sehr dickwandig was uns sehr zugute kam weil wir auch noch sachen ran geschraubt haben erzähle ich gleich und ja da haben wir so eine pipi pipeline unten gebaut um das zu vernünftig zu erklären will ich euch das mal eben aufmalen so geht los pass mal auf zumindest ganz cool ist so was wie ein whiteboard zum aufkleben kommt so aus dem taktischen bereich wenn die feuerwehr was bespricht dann ballern die das ans auto und dann können die loslegen also pass auf wir haben erstmal unseren bewährten ständerbau sozusagen favorisiert hier ist unser boden ist jetzt nur schematisiert schema zeichnung ja und dann kam da so ein trennenaufsatz hinauf so bisher noch nichts spektakuläres spektakulär wird wenn wir uns vorstellen dass wir hier einen hilfsrahmen haben und hier unten drunter ist ein hauptrahmen vom lkw dieser absoluter tabu bereich da darf man nicht bohren sonst geht die betriebserlaubnis auch flöten aber das ist ein hilfsrahmen davon bohren das heißt wir haben jetzt sozusagen eine pipi pipeline gebaut die ein vernünftiges gefälle hat vernünftig heißt in unserem fall so viel aber es sind auch nur 1 meter 20 bis 1 40 länge die über brücken muss und das ging ganz gut so so von da aus sind wir dann durch den boden rauf dann kam da ein dreiviertel zoll fitting drauf der sozusagen den übergang schafft von dem rohr auf ein zölliges system dann kam da eine tülle drauf mit rechten winkel so und das erste was wir machen wollten dass wir das direkt hier festmachen schön dicken schlauch verjüngen auf ein kleines maß und dann wäre das irgendwie so geendet so punkt a ziemlich viel spannung auf der toilette oben weil so ein schlauch doch relativ starr ist das hätte sie wohl nicht lange mitgemacht und zweitens hier diese senken bereich das heißt da bleibt was drin stehen und ob das schön ist das haben wir doch stark bezweifelt also musste eine andere lösung her wo haben wir denn hier was zum wegwischen hier dieses starre konstrukt also weg so und dann haben wir zufälligerweise ein dn 50 endstück für kg rohre gefunden mit einer tülle muss man sich also so vorstellen so und so zack zack tülle drauf hier unten und dann kommt dann der schlauch drauf mit zwei zentimeter total coole geschichte kostet irgendwie keine drei euro also ein brett hier montiert so wo diese tülle integriert ist festgemacht ist mit der schlauchtülle und der geht jetzt auf kürzesten weg direkt da rein der vorteil ist wir können das ganze konstrukt hochklappen was sehr gut ist um mal zu gucken ob alles dicht ist ob das alles in ordnung ist und er hat eine sichere aufnahme und das ist etwas worauf wir eigentlich auch relativ stolz sind das lustige ist wie grundig wir haben uns ordentlich gerieben bei diesem thema weil wir unterschiedliche vorstellungen hatten und am ende hat jeder gesagt das war seine idee das heißt absolute win win situation besser kann es nicht laufen so hier kommen so fitting erauft ich zeige euch mal wie so ein rohr aussieht zack das ist jetzt ein 16 mm alu verbund rohr außen kunststoff innen kunststoff wichtig weil das ja harnstoff ist das ist harnsäure säure sagt alles säure und metall mögen sich nicht so gern hier ist viel kunststoff da kommen solche schraub fittinge drauf und damit kommt man das so realisieren und so ein schraub fitting kommt dann zum beispiel hier auch aufs ende dann kommt da darauf eine gardena kupplung und hier sitzt dann unser schöner roter kanister und dann geht er mit einem schlauch zack hier rein und pütschert da so runter hier oben haben wir noch ein kleines entlüftungsventil drauf gesetzt damit das vernünftig pütschern kann und falls das mal überläuft dann haben wir die soße nicht hier oben drin stehen sondern sie wird am kanister runter laufen lassen aber bitte bevor jetzt die kommentare kommen wir sind da sehr gewissenhaft wir geben gar nichts einfach so in die natur auch wenn man es könnte ist ja ein natürliches produkt aber es nicht unser stil das ist nur hauptsächlich nicht nur also es ist hauptsächlich zur entlüftung und im absoluten notfall würde es darüber pütschern falls wir vergessen haben zu entleeren ja und das ist so im prinzip unsere schematische zeichnung und jetzt nehme ich euch noch einmal mit in die toilette ist übrigens alles sauber keine angst und zeige euch mal wie das so aussieht bevor jetzt die seitenwände wieder rankommen mitkommen hier seht ihr im prinzip den aufbau das heißt vorne dieses dicke rohr was hier zu sehen ist das hat nichts zu sagen das ist von der alde heizung das bringt warme luft raus hat mit der trockentrenntoilette nichts zu tun hier ist ein eimer wofür der ist könnt ihr euch wahrscheinlich denken den nehme ich mal kurz weg und jetzt seht ihr im prinzip den kern der ganzen geschichte diese aufnahme hier sorgt dafür dass sozusagen die toilette da reingreift und dann flüssiges hier rüber weg gibt um es dann über diesen zwei zentimeter schlauch auf das fitting zu geben und dann über die peipel dann weg zu bringen ja und hier haben wir noch einen schalter und einen kleinen ventilator der die feuchtigkeit raus transportiert und im prinzip war es das schon das zeige ich euch dann noch mal wenn der deckel wieder drauf ist dann kann man sich noch besser vorstellen da ist es wiebke hat ganze arbeit geleistet hat das ding total schön gestrichen ganz gleichmäßig und jetzt kann ich euch zeigen wie das wirklich aussieht also wir können das ganze ding hier hochklappen da ist ganz spitzenmäßig sind diese scharniere die das dann auch oben halten und jetzt seht ihr hier die aufnahme und den pinnückel der jetzt sozusagen passgenau da rein fällt und jetzt das flüssige abtransportiert und das ist es eigentlich das ist unser schönes klo schön sagt man schön es ist unser klo und was mir sehr gut gefällt wir haben so einen toilettendeckel der nicht so zuknallt sondern very smooth sich schließt bevor ich euch gleich den tank zeigt zeige ich euch noch mal die service klappe da hatten wir sehr viel wert drauf gelegt dass wir sozusagen die entsorgung von außen vornehmen können also haben wir jetzt hier erstmal so ein lüftungsgitter auf dieser seite ist der ventilator ja und dann steht da der einmal drin und den kann man relativ leicht rausnehmen und muss damit dann nicht durch das ganze wohnmobil tapern coole sache finde ich einen kleinen schwenk zu unserem außenliegenden kanister den wollte ich ja auch gerne zeigen hier sieht man das ganz gut also hier oben ist der ablauf da kommt das ganze raus läuft in den kanister hier unten wieder gelöst und dann kann man das ganze wegnehmen und das funktioniert ganz hervorragend so ihr guten das waren die neuigkeiten aus dem spannenden bereich trocken trenntoilette ttt oder anders gesagt wie werde ich zum toilettentieftaucher ich hoffe das hat euch gefallen sofern das gefallen kann auf jeden fall wünsche ich euch noch einen schönen tag mein whiteboard nehme ich jetzt wieder mit bleibt gesund wir sehen uns